Das ist komisch. Gut. Hallöchen. Ihr glücklichen Mitbewohner. Ah, da waren wir schon angewiesen. Was war das für ein Auge gewesen? War das mal eine kleine Quest gewesen, die ich jetzt... Oh, was ist hier denn? Achso, hier waren wir schon gewesen. Da wird sich wahrscheinlich auch nicht viel getan, ha? Die Musik ist aber schön. Hm. Ja. Und ihr so? Das sieht aber auch nicht mehr als gut aus. Komm, ich nehme nicht mal mit. Oh. Hey, bist... Was ist das denn? Hier? Nee. Achso, ja. Keller verlassen. Ach, bin ich doof. Gut, ich würde eigentlich jetzt nur mal sicher gehen, was hier alles so ist. Da hinten müssen wir hin. Na, mal schauen. Wir haben auf alle Fälle tierischen Hunger. Und ich habe hier nur... Das wundervolle... Vergammelte Essen. Ein Fahrzeug wäre auf alle Fälle jetzt nicht schlecht. Bin sowieso mal gespannt, was... Ach, hör auf. Bin mal gespannt, was auf alle Fälle mit den nächsten Charakteren dann geschieht. Es gibt hier noch zwei, drei, vier andere Charaktere, mit denen man das Spiel spielt. Ach, war es einer von diesen? Ich weiß gar nicht, ob man die Späte sich denn quasi zusammenfindet. Ein bisschen wie ein kleines Rollenspiel. Dann gehen wir jetzt hier so ein bisschen auf den Weg. Hier erwartet uns ja nichts Großartiges mehr. Können wir mal anquatschen. Wir sind immer alle so glücklich drauf. Hallöchen. Wollen wir mich auch ein bisschen anquatschen? Wie hältst du dich? Bleib weg von denjenigen mit der Pläge. Es ist ein schreckliches Weg, zu sterben. Und so richtig quatschen wollen und können die auch gar nicht mit mir ein Telefon. Hm? Oh, hey, hey, bleib ruhig. Bleib ruhig. Ey, Entschuldigung, Entschuldigung. Komm, komm. Oh, verdammte Scheiße. Renn, renn, einfach. Oh, fuck, fuck. Leute, bleibt ruhig. Hey, komm, ich spiele das Spiel so selten. Ich habe keine Ahnung. Oh, ihr seid. Ihr seid auf alle Fälle nicht gut drauf. So, aus Rache. Hier, guck mal, was ich jetzt hier mache. Haha, geklaut. Oh, fuck. Renn. Wir töten hier keine Zivilisten, nur die es verdient haben. Wenn sie es dann verdient hätten, wenn sie mich angreifen. Weg, weg. Weg. Hey, bleib doch mal ruhig. Oh, what the fuck. Okay, wir sind da. Äh, red ich zum Bobby, am Bobby vorbei. Ey, Leute, bleibt ruhig. Police, Polizia, Hilfe, Polizia. Öffnet, klemmt, Leute. Oh, verfickte Scheiße. Bobby, Polizei. Hey, Hilfe. Oh, das ist ja schön. Guck mal, mein Herz. Ey, ich will euch wirklich nichts tun. Ah, shit. Geh weg. Oh, fuck. Haha. Weg. Bam. Ah, fuck. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. No. Was? Ich bin kein Mörder. Hab ich jetzt jemanden getötet? Oh, puff. Oh, Scheiße, Mann. Das geht nicht gut. Vorsicht. Albert. Komm, bleibt alle ganz ruhig. Hey, Leute. Wir können über alles reden. Ach, du Scheiße. Das sind so viele jetzt mittlerweile geworden. Wollte ich nicht mal aufhören? Komm, bleib einfach da. Okay, so ist gut. Oh, fuck. Oh, mein Gott. Wurde ich bin dann kommen. Okay, das auf alle Fälle abspeichern. Tagsüber darf ich wirklich gar nichts anholen. Sei es denn noch an der Telefonzelle der kleine Kummerkasten dort, wo die Münzen dringend sind. Jetzt stehen die da alle da, wie die Walking Dead. Am Bobby vorbeireden. Also jetzt hier nichts mit Schleichen, sondern ich quasi den zu. Ob er mich denn bitte durchlässt. Oh, was? Was? Erforderte Nacht. Okay. Achso, hier. Ja, hallo. Ey, du hast mich gerade gesehen, wie ich verfolgt wurde. Ja, ist mir scheißegal. Zack. Hallo. Lovely day for it. Unfortunately, the bridge is not open at this time. It was working just a minute ago, but the door is broken again. You'll have to wait until it's up again. Und dann, hast du jemanden gelegt? Oh, ja. Es gibt jemanden da jetzt. Und in den letzten Monaten? Ja, in den letzten Monaten. Ah! Es gibt jemanden da jetzt. Du hast wirklich nicht jemanden zurück aus der Garten District, hast du? Oh, mein Westerl Freund. Niemand geht da, Joy. Ich meine... Würdest du? Jeder fühlt sich besser. Wenn diese Tür bleibt. Du. Wir. Wir. Nun, Herr Westerl Freund. Ich glaube, jetzt kann ich die Zentral sagen, warum die Brüche immer weiterentwickeln. Zentral? Hast du eine von diesen gesehen gesehen? Oh, mein Westerl Freund. Du bist nicht... ein bisschen wie eine Brüche der Brüche im Hintergrund. Dieses System detects Struktural Irregularities mit dem Radar Shortwave. Aber ich glaube, ich glaube, es zeigt mir das reale Problem. Wird es, Constable Wright? Schau, Herr. Du kannst diese Brüche fixieren, aber dann Westerl, das Westerl, noch nicht zu nehmen. Es macht sie sehen, überall. Das ist nicht für dich zu entscheiden, ist es? Nein, Herr. Die Begründung ist so, Herr. Ich... 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 Ich bin froh, wenn du diese Konversation hast. Vielleicht werde ich. Vielleicht werde ich nicht. Ich bin froh, ich habe die Karte, nicht? Ich bin froh, Es gibt noch eine andere Weg, nicht? Was ist das? Bitte, 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 und sitze. Es gibt noch jemanden, hierzu. Bitte, 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 Oh, okay. Nummer 2. Oh nein. Ich warte bestimmt jetzt auf die Nummer 1, oder? Oh, hier, ich, 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 hallo. Nein. Oh, ein Hut. Den kann ich nicht nehmen. Ja, okay, ich geh schon durch. Ach, shit, das geht nicht gut. Oh, Gott. Äh. Das sieht aus wie ein Pupp. Ähm, das ist, ist das ein Puff? Oh, lecker. Sandwich. Mhh, ein Tee. Alles mal. Hey, was ist denn los? Please discard your clothes. Don't worry, he will be provided with new proper clothes after decontamination. Ja. Ja. Hey, was ist denn los mit dir? Hey. Okay, mit dem kann ich nicht reden. Der will nicht mit mir reden. Wie auch immer. Schön. Socke, kann ich die aufheben? Nö. Das ist ja was im Mülleimer. Oh, schön. Ein paar Sachen. Gut, ähm. Du willst ja anscheinend nicht. Es ist ja was. Oh, nå ist das. Wenn ja ist denn. Du willst ja anscheinend. Wie auch immer. Wie auch immer. Wie auch immer. God will make thee mighty, mighty mighty a yet. God will make thee mighty, mighty mighty a yet. Congratulations, you have been decontaminated. Please proceed to the next room and obtain fresh, new, proper clean clothes. What the fuck? I hope she's not watching and judging. Don't you look wonderful? Please proceed to the next room. In case there is any residual odor of the garden. Ein anständiger Anzug. Okay. Huh? Frisch machen. Is that... Licorice? Why Licorice? Get ready for the most important moment in your rehabilitation. Please take your favorite flavor of joy. Vanilla, chocolate or strawberry. That's the time you miss first. Oh, 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 oh